Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 23.03.2020 und damit den ersten Tag nach dem großen Märzverfall. Märzverfallstermine sollte man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, die sind historisch bedingt häufig markante Hochpunkte gewesen, markante Tiefpunkte. Wer die Jahresanalyse gesehen hat von uns, der wird noch in Erinnerung haben, dass wir ursprünglich von einem markanten Hochpunkt ausgegangen sind. Nimmt man mal die letzten drei Wochen raus, ist es gar nicht so abwegig, auch zu dem Zeitpunkt noch gewesen. Jetzt hat unser DAX aber hier markant nach unten gestoßen und man sollte schon in Erwägung ziehen, dass rein technisch zyklisch bedingt auch weiterhin hier durchaus auch eine Drehung reinkommen könnte. Dabei muss man trotzdem vorsichtig sein, man darf das Risiko nicht aus dem Blick verlieren. Wir haben eine außergewöhnliche Situation am Markt, das ist jetzt schon seit ein paar Wochen so. Aber wir haben auch ein paar Sachen, die man so gar nicht mitgekriegt hat in der vergangenen Woche und auf die wir jetzt eben nochmal ganz besonders eingehen müssen, weil es als Trader für uns unheimlich wichtig ist, dass wir neutral im Kopf bleiben. Dass wir uns nicht von irgendwelchen Gedanken und Vorstellungen und Meinungen zur Entscheidung hinwägen lassen, die uns dann letztendlich gar kein Geld bringen, weil wir eben nicht mehr auf Wahrscheinlichkeiten spielen, sondern nur noch auf unsere eigene Meinung. Und das ist immer gefährlich und das ist auch eigentlich Gift fürs Trading, deswegen hier nochmal der Blick. Wir haben zum Freitag, wenn Sie sich erinnern, den DAX hier mit einem Titelbild eingeleitet, mit so einem Fahrradfahrer, der auf so einer Sprungschanze da mitten in der Kurve, in der Steilkurve gerade hing. Mit dem Titel schafft unser DAX hier die Kurve. So haben wir es eingeleitet. Also unser DAX ist zum Freitag auch extrem hoch rausgesprungen. Also das ist auch was, wo ich sage, da müssen wir neutral das auch mal kurz würdigen, was am Freitag eigentlich passiert ist. Schauen wir uns auch gleich im Chart an. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wie landet er? Schafft er denn überhaupt die Landung oder fliegt er jetzt hier völlig auf die Fresse? Weil es ist schon nicht ganz ohne. Also es ist noch viel Risiko im Chart. Es ist die Amerikaner. Wenn Sie die Amerikaner zum Freitag gesehen haben, wir können uns auch nochmal die Infektionszahlen angucken. Da werden Sie sehen, warum die Amerikaner jetzt so hinten raus anfangen zu stressen. Dort geht es halt los. Dort wird das jetzt erst greifbar. Das, was wir in Europa schon vor zwei Wochen hier relativ transparent vor die Augen gehalten gekriegt haben, kommt dort jetzt. Schauen wir uns aber unseren DAX zum Freitag mal an. Sind wir relativ hoch rausgekommen. Haben sogar hier ein neues Hoch gesetzt. Also quasi ein steigendes Hoch generiert. Was jetzt so erstmal durchaus Möglichkeiten hätte, eine Trendumkehr einzuleiten. Wir haben auch letztendlich eine fünffällige Aufwärtsbewegung. Selbst wenn man den Future nimmt, der hier in der Nacht bei der 8000 war, ist es schön impulsiv angestiegen. Das heißt, rein technisch betrachtet, wäre es für unseren DAX schon möglich, sich hier raus jetzt zu reaktivieren und rauszusteigen, auch ohne ein neues Tief sogar zu generieren. Also nur alleine aus der Bewegung. Und wenn wir jetzt mal schauen, wie es sich die letzte Woche entwickelt hat, mit Ausgangssperren, mit ersten Unternehmenspleiten. Da fällt mir Fabiano ein, die da jetzt groß getitelt werden und die sich bestimmt auch irgendwelche Fördermittel abholen, weil sie ja jetzt wegen Corona insolvent gegangen sind, dass die schon seit eineinhalb oder ich glaube sogar zwei Jahren von einer möglichen Insolvenz zur nächsten hampeln. Also da erwischt es jetzt hier also wirklich auch mal die schwachen, natürliche Ausleser in dem Sinne auch mal bei den Unternehmen. Auch wenn natürlich das nichts Schönes ist. Das muss man so sagen, da hängen auch immer Einzelschicksale dran. Und das betrifft ja nicht nur Fabiano, das betrifft alle, die irgendwo eigene Restaurants haben, die jetzt da sitzen und vier Wochen lang hier keine Gäste drin haben, meist noch Riesenmiete bezahlen müssen, weil eben Restaurants nicht immer in der letzten Hinterkasse stehen, wo günstige Mieten zu zielen sind, sondern immer schön präsent vorne irgendwo mittendrin. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall wird es hier viele, viele Schicksale geben und ich drücke wirklich allen die Daumen, dass der Staat da entsprechende Mittel auch zeitig, auch rechtzeitig auch bereitstellen kann, damit auch allen, die hier auch mit zuschauen, da nicht irgendwo noch irgendwelche Einzelschicksale dranhängen. Ich persönlich für meinen Teil muss sagen, mein Konsumverhalten hat sich eigentlich nicht geändert. Ich weiß nicht, ich fände es mal so ganz interessant, wenn man mal so eine Umfrage machen würde. Wer gibt denn mehr, wer gibt denn weniger Geld momentan aus? Kauft man jetzt andere Sachen, kauft man woanders? Ich habe so den Eindruck, es erwischt halt hier momentan echt richtig krass Einzelhandel. Einzelhandel, Tourismusbranche. Ich sehe, ja, man kann es nicht so einfach machen. Das ist, ich weiß schon auch, warum ich Charts lieber mag als so fundamentale Sachen. Aber ich sage mir immer, also ich habe, wenn ich jetzt hier meine Prinzessin angucke, was die alles bestellt hat, die shoppt jetzt online die ganze Zeit. Ihr flattern jetzt hier die ganzen Pakete rein mit irgendwelchen Klamotten, so wie hat die noch nie online bestellt. Also alles, was jetzt so globale Unternehmen sind, die, sag ich mal, auch, ja, unser Netflix-Abo, das läuft, glaube ich, ja absolut heiß. Disney-Abo wurde jetzt gebucht. Also die ist ordentlich fleißig da drüben am Geld ausgeben im Wohnzimmer. Und wahrscheinlich sogar mehr als sonst halt. Das, was man sonst vielleicht auch in lokale Geschäfte getragen hat, wirft man jetzt hinten raus den globalen und Aktiennotierten oder börsennotierten Unternehmen in den Drachen. Ich bin deswegen sehr gespannt, wie sich dann auch die Zahlen entwickeln werden, weil ich das noch nicht greifen kann, und wie stark denn tatsächlich da jetzt Einschnitte zu spüren sind, wie stark denn weniger gekauft wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass größere Sachen vielleicht einfach aufgeschoben werden, aber dazu bin ich zu klein, um das zu verstehen, um das zu greifen. Und ich will das auch mit Ihnen eigentlich gar nicht diskutieren, bloß dann so ein bisschen meine Gedankengänge an den Tag bringen. Für mich ist ein bisschen verwunderlich, dass wir im DAX und in den Indizes aktuell nach wie vor in der Abwärtsbewegung sind. Wir haben noch keinen Rebound, wir haben noch keine grünen Tageskerzen, wir haben keine Wochenkerzen, keine grünen. Wir haben noch nicht eine einzigste technische Gegenbewegung gesehen, und das seit 40% abwärts. Ich bin dabei schon ein bisschen gehemmt, sie dann noch irgendwo jetzt hier massiv zu short animieren zu wollen, weil wir sind nicht nur 200 Punkte oder 300 Punkte gefallen, wo man sagen könnte, da ist noch so viel Luft, da ist noch so viel, wir sind fast 40% jetzt in vier Wochen, das gab es noch nie. 40% in vier Wochen gefallen, das ist extremer als extrem. Das ist ultra extrem viel gefallen. Und der Markt preist immer die Erwartungshaltung ein, er preist immer das ein, was er kommen sieht, inklusive natürlich, dass das auch nach Europa schwappt, dass dieser Virus nach Amerika schwappt, dass Ausgangssperren verhängt werden, dass die Leute nicht mehr raus können, dass die nicht mehr fliegen können usw. Deswegen muss man schon sehr vorsichtig sein, denn wenn Sie sich mal erinnern, ganz am Anfang an dieser Krise, schon bevor es losging, haben wir hier oben etwas ganz Entscheidendes gesagt, und das war in dieser Bewegung hier. Diese Bewegung war die, die aus China kam, als in China die Corona-Zahlen plötzlich durch die Decke gingen. Da haben wir hier schon in irgendeinem Video, von dem ich irgendwie so in dem Dreh rum hier, Ende Januar, haben wir das gesagt in einem Video, wo muss bei solchen prägsamen Events, Ereignissen, die da kommen, muss man sehr aufpassen. Ich habe damals den Vergleich mit der Ukraine-Krise geschaffen. Nicht ganz so krass, wie das, was wir momentan haben, aber so von diesem psychologischen Denken und der Massenbewegung, der Massenmeinung, ist es immer wieder was ähnliches, nur in unterschiedlicher Ausprägung. Und da haben wir schon gesagt, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hier oben haben ganz viele den fallenden Aktienmarkt ultra skeptisch gesehen. Die haben gesagt, naja, so ein kleiner Virus, das ist nur eine Grippe, da passiert doch nichts, das ist doch nicht schlimm und so weiter und so fort so. Dann ist der Markt weiter gefallen und gefallen und da haben wir schon hier gesagt, man muss sehr stark aufpassen, wie man gedanklich damit umgeht, denn es ist meistens so, dass der Markt ja schon vorausdenkt. Das heißt, er wird irgendwann anfangen, eine Deeskalation einer Situation einzupreisen, schon wieder eine positive Erwartungshaltung einzupreisen. Vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm. Vielleicht trifft es ja die großen Firmen gar nicht so schlimm, die Aktiennotierten, weil die vielleicht jetzt Supplier und alle möglichen Zulieferer vielleicht ganz günstig jetzt plötzlich aufkaufen können, damit noch mehr Machtstärke bekommen, mehr Macht und Dominanz, vielleicht auch relativ günstig an neue Kredite, an Fördermittel rankommen, die vorher nicht zugänglich waren. Also sowas kann auch natürlich ein richtiger Nährboden für einen Boom letztendlich werden halt, in dem Moment, wo es jetzt der Staat nackig macht und das Geld überall reinpumpt. Freilich wird es da Opfer geben und es werden nicht die gleichen Aktien vorher drinstehen, wie sie noch vor drei Wochen drin standen. Das ist auch klar. Da werden welche über die Planke springen müssen. Das geht auch nicht anders. Aber es kann durchaus auch ein Nährboden sein. Deswegen haben wir, zum einen haben wir noch total die Risiken drin, dass der Markt das noch nicht alles eingepreist hat, dass es noch weitergehen kann. Ich denke schon, und so sind wir auch in die letzte Woche reingestartet, dass der Markt sich langsam fängt. Was ich aber jetzt noch schnell zu Ende bringen muss, was wir hier gesagt hatten. Wir hatten hier gesagt, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, an dem die Nachrichten immer schlechter und schlechter und schlechter werden, der Markt aber gar nicht mehr mitläuft, sondern der Markt sich schon umdreht und anfängt in die Erholung zu gehen, trotz dass die Nachrichten immer schlechter und schlechter werden. Und ich erinnere mich da noch gut, wie das mit der Ukraine-Krise war, an dem Zeitpunkt, wo wirklich absehbar war, dass dort noch Truppen auf russischer Seite an die ukrainische Grenze herangeführt wurden und man davon ausgegangen ist, da gibt es jetzt gleich einen richtig fetten Krieg mit NATO, Russland und so weiter, alle gegen alle. Da stand der Markt ja schon wieder vergleichbar. Wenn man das jetzt mal auf diese Abwärtsbewegung sieht, stand der Markt schon wieder hier. So, dann ist das alles gar nicht passiert, was passieren, was man kommen sehen hat und der Markt ist immer weiter gestiegen. Und dann hat man unten diesen Tiefpunkt, hat man völlig verpasst gehabt, weil man ja dann nur noch für die Nachrichten gedacht hat. Und deswegen haben wir hier auch bei der Corona-Krise letztendlich, bei dem Corona-Crash gesagt, man muss hier echt aufpassen, dass man nicht irgendwann dann zu sehr nur noch den Nachrichten hinterher tradet und die Marktsignale verkennt. Was ich Ihnen sagen will, ist nicht, man muss jetzt hier massiv long rein und man muss jetzt sich hier gegen die fallende Bewegung stellen. Aber man muss sehr aufmerksam sein, wenn der Markt denn dann tatsächlich umdreht. Ganz egal, was dann noch für Nachrichten kommen. Kann nämlich dann erstmal ein richtig schöner Rebound kommen und eine richtig schöne Erholungsphase. So, und zum Freitag haben wir jetzt eben gesehen, dass er hier ein neues hochgeschlagen hat, dass er hier einmal drüber geguckt hat. Er hat das nicht halten können, er hat das komplett wieder abgegeben in den letzten zwei Stunden, aber bis dahin hatten wir eine grüne Wochenkerze, Freunde. Das sind nur die letzten zwei, drei Stunden gewesen, die er sich da nochmal nach unten gestellt hat, denn reingekommen sind wir in den Handel am Montag bei 8,57, rausgegangen bei 8,610. So, und jetzt legen Sie mal die Nachrichten von letzter Woche gegenüber. Das passt irgendwo nicht mehr, weil die Nachrichten sind immer schlimmer und immer schlimmer und immer schlimmer geworden. Der Markt hat sich gefangen, der hat sich stabilisiert sogar auf der Situation. Deswegen, wir haben letzte Woche eingeleitet mit, ich erwarte eine Rebound-Woche, die kam nicht, es ist eine Stabilisierungswoche geworden. Wir haben fünf Tageskerzen fast nebeneinander stellen können, die sind fast immer, haben wir die gleichen Kurse gesehen auf den Märkten. So, wir haben noch keine neue Hochfolge, aber wir sollten uns darauf einstellen, wenn eine kommt, dass trotz weiter schlechter Nachrichten und weiter von Firmenpleiten und Katastrophen berichtet werden wird, der Markt sich trotzdem erholen kann. Das ist mir ganz, 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 ganz wichtig, dass das im Kopf klar ist, weil sonst passiert einem nämlich was. Man hat die ganze Zeit hoch drunter zu long gegen geballert, wie ein Irrer, immer wieder ausgestorben worden, immer wieder, ach Gott, das kann er, der muss doch mal drehen, der muss doch mal drehen und hier unten, wo er anfängt zu steigen, fängt man dann an short gegen zu ballern und dann ballert man die ganze Strecke hoch zu short gegen. Also, Vorsicht bitte, wenn der anfängt umzudrehen. Wenn der anfängt umzudrehen, heißt bei mir, wenn der jetzt über die 9000 wieder geht, das ist für mich zum Montag jetzt der Trigger für eine Rebound-Woche. Das heißt, ich würde ihm tatsächlich hier nochmal einen mitgeben, hier nochmal einen reinlegen und dann sagen, okay, wenn er über 6000 geht, äh, wenn er über 9000 geht, wenn er über 9000 geht, haben wir, bekommen wir hier einen neuen Trigger-Punkt und dann wäre hier die 9600 zunächst das Ziel. Wahrscheinlich dann auch erstmal wieder einen kräftigen Rücksetzer, ein bisschen, ein bisschen Unruhe reinbringen hier. Wo ist denn jetzt mein Zeichentool hin? Bisschen Unruhe reinbringen und, äh, dann aber auch weiter, ne, weiter Richtung 9000, äh, 9000, 10.000 sogar dann hier oben halt, ne, das wäre jetzt erstmal ein Minimum. Eher dann sogar schon vielleicht die 10.400 hier, deswegen sehr aufmerksam sein, wenn das hier ist. Wir haben im Premium-Dienst, haben wir, ähm, Freitagvormittag bei der 9150 hier, was gesagt, ähm, was rumgeschickt, beziehungsweise haben wir das auch in unserem Chat geschrieben gehabt, der auf der neuen Website mitsteht, der ist ja auch für alle Einzelber, nicht nur die, die im Premium-Dienst sind, ähm, haben wir, haben, habe ich das auch rumgeschickt dort, das Bild, ne, mit einer möglichen SKS. Die Hammer stand, also es ist für mich nichts, was ich geschortet hätte, bitte nicht falsch verstehen, ich habe jetzt hier nicht massiv short da verdient, ähm, an den Dingern. Wir waren hier auf der 8000 gewesen im Future, das zeichne ich Ihnen mal jetzt mit ein. Und dann haben wir an dem Punkt gesagt hier, ne, an dem Punkt haben wir rumgeschickt, Vorsicht, bitte aufpassen, das kann eine SKS werden, ne, ich habe gesagt, ich würde es persönlich nicht shorten wollen, das wäre mir zu heiß, ähm, dadurch, dass der nach oben schön antriggern kann, aber man sollte im, im, im Hinterkopf verhalten, dass jetzt Rücksetzer durchaus bis 8482 nochmal zurückgehen können, weil das wäre dann hier, ne, das wäre dann SKS und dann würde er das machen, hier nochmal den Zacken und raus. Das wäre SKS, eine Inverse letztendlich, dann hätten wir hier die Nackenlinie, ne, und das liegt dann genau auf unserem Triggerpunkt. also das sollte man ein bisschen im Kopf machen, weil er hat direkt angespielt, ne, direkt angespielt und wenn der Markt jetzt positiv zum Montag notiert, bitte nicht, äh, verblenden und, und, und mit Scheuklappen nur noch Shorts sehen, der kann auch oben rausgehen. was, wann sollte man aber trotzdem hier, ähm, eine Reißleine ziehen? Ich denke, wir werden, wir werden das relativ einfach sogar vom Markt vorgelegt bekommen, weil der wird wahrscheinlich direkt hier irgendwo eröffnen, ne, wird irgendwo hier um die 3,50, ähm, hier schon auf dem Schulter, äh, auf dem Schulter, Kopf, Schulter, auf dem zweiten Schulterniveau wird er schon rauskommen. Das heißt, wir haben zum Montag, ähm, wahrscheinlich sogar entweder direkt Gap-Close und Einleitung der SKS oder er drückt sich eben runter und lässt das Gap offen. So, an dem Punkt muss man sagen, dass man hier unterhalb von 8,150 oder was das ist, schon sagen kann, ähm, SKS wird unwahrscheinlich. Sprich, unter 8,150 wäre es dann schon fast richtig, Richtung 7,000 zu traden, Richtung 8,000 zu traden, na, und da sage ich auch, würde ich das auch so sagen, solange rote Stundenkerzen drin sind, kann man im Zweifel da noch mitgehen. Dort dann auch Umkehrsignale abwarten, wann dreht er um, wann kommt er zurück und so weiter, ähm, dann kann man anfangen wieder Long zu suchen, aber jetzt nicht, wenn er Montag richtig schwach reinkommt, ich glaube es gar nicht mal, dass er, dass er uns so schwach reinkommt und dass er uns so wegledert. Ich glaube, der kommt mit Abwärtsgap rein und zieht das hoch, denn der Dow Jones steht auch an seiner 18,350 und wer bei uns auch die Premium-Dienst-Mails kriegt, der hat am Freitag das da gesehen, unsere Monatschart-Analyse zum Dow Jones. Die 18,350 wollten wir da gerne noch sehen, das hat noch ein bisschen gefehlt und da steht er in der Wochenendikation jetzt schon. 18,350 ja, er steht jetzt hier bei 18,400 und war im Tief bei der 18,350. Wo kommt das her? Das ist das Hoch aus 2015. Warten Sie mal, das haben wir hier irgendwo. Kriegen wir auch hin. Das müsste, das müsste man im Pro-Rail-Time noch hinkriegen. So, und da sehen Sie hier, sehen Sie die markanten Hochs, also das ist auf jeden Fall eine interessante Auflaufzone hier auf der 18,000. Da fing auch hier Trump-Wahl, ich glaube, das ist der Trump-Wahl, oder ist das Trump-Wahl? Nee, kann ja gar nicht sein, ist der schon so lang? Nee, das kann nicht sein, oder? Ich weiß nicht, hier ist eine fette Impuls-Kerze, die hat irgendwas eingeleitet, es kann auch mit Macron irgendwas gewesen sein, Macron-Gap, ich weiß es nicht, es ist auch egal. Auf jeden Fall sehen wir hier eine impulsive Kerze, die eine Rallye eingeleitet hat und auf die könnte man nochmal zurücklaufen. Die liegt bei 18,000, dann wäre das quasi komplett einmal wieder aufgefressen. So, und dann hat er hier durchaus schon den interessanten, der Dow Jones einen interessanten ersten Anlaufpunkt, bevor dann hier unten diese Hochs und die 15,000 dann interessant wären halt, ne? Von daher denke ich schon, dass auch ein Dow Jones zum Montag sich gut ausfedern könnte halt, ne? Aber, ähm, ja, wir schauen, wir gucken, wie er reinkommt. Fakt ist, unterhalb von, unterhalb von, halt, das ist der verkehrte, unterhalb von, 8,150 ist unser DAX erst mal noch weiter im Risiko, kann weiter abgleiten. Ich persönlich, ne, jetzt finde ich meinen DAX hier gar nicht mehr, wo ist er denn? Ich persönlich, ähm, halte es schon für wahrscheinlich, dass wir nochmal in die Erholung ein bisschen reingehen können, dass wir unsere Rebound-Woche quasi letzte Woche noch vorbereitet haben, die Stabilität bekommen haben. Man nennt es ja dann auch eine Bodenbildung letztendlich, ne? Die hier stattfindet. und jetzt ist es aber die Aufgabe über dieses, ein Doppelboden besteht immer auch aus einem Doppeltop, das gehört immer dazu oder sehr, sehr, sehr häufig halt, das haben wir hier auch, ne? Doppelboden, Doppeltop, da müsste er jetzt oben drüber. Schafft er das? Kann er eine gute Erholung einleuten, kann sich hier gut ein paar Punkte zurückbewegen? Schafft er das nicht, stößt er jetzt hier unten unter dem Boden wieder raus, ähm, geht Risiko auf, das geht bis 8.000 bis 7.500 und da bin ich auch an dem Punkt, wo ich sagen muss, die haben momentan sehr, sehr viele auf dem Schirm, die wird fies. Da können Sie sich jetzt schon drauf einstellen, die wird fies, die wird wahrscheinlich auch nicht bloß schnell kommen, die wird wahrscheinlich eine Weile andauern und, ähm, da hole ich Ihnen mal noch den Monatschart mit hoch und dann können wir nämlich hier auch langsam den Sack zumachen und bei 7.500 liegt dann nämlich hier auch das 61-Tracement, das gesamte Anstieg seit, ähm, 2009, also nach dem 2008er-Crash. Wir haben hier die markanten Hochs aus 2008 und, ähm, 2000, was jetzt hier alles so in diese Zone reinkommt und ich denke, dass, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir von hier einen Rebound einleiten. Rebound-Ziel auf großer, großer Zeiteinheit wäre tatsächlich um die 10.200 rumzusehen, also quasi an diesem 2018er-Tief. Ähm, das wäre jetzt das erste Ziel von unten, wenn ein Rebound einsetzt. Ich denke aber, dass die 7.500 so fies kommt, ähm, dass man die nicht wirklich handeln kann. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wir einen Tagesschluss, äh, irgendwo an die 7.2, 7.1 setzen, wo dann alle denken, ach mein Gott, wohin fällt er denn jetzt noch? Dann vielleicht 6.000, dann vielleicht 3.600, ne, dass sich alle richtig short einschießen und keiner mehr dran glaubt, dass die Zone hält und dann schiebt er sich erst mal langsam an und dann drückt er hinten raus und kriegt immer mehr Fahrt raus, umso weiter er steigt, sodass die Leute dann schon wieder da sitzen und sagen, ach Gott, warum handelte ich jetzt hier short? Ach Gott, warum handelte ich jetzt hier short? Ach, ich wollte doch bloß 20 Punkte Gap Close handeln, jetzt sitze ich hier 300 Punkte im Short drin, scheiße, scheiße, sowas wird passieren. Also das Übliche, das, was immer passiert halt, ne, es wird nicht einfach, ähm, aber am Ende wird es gehalten haben und es wird dann so aussehen wie hier, dass einfach irgendwie so eine, so eine, äh, so eine Lunte durchguckt und der Markt dann da reagiert hat. Das ist meine Erwartungshaltung da unten, ansonsten bin ich schon eher, muss ich sagen, ich habe wahrgenommen, dass meine Erwartungshaltung war für letzte Woche, dass der Markt sich stabilisiert und fängt und anfängt umzudrehen und was hat der Markt gemacht? Er hat sich stabilisiert, er hat kaum noch neue Tiefs gemacht und jedes neue Tief, was gekommen ist, wurde aufgefahren. Das, das haben wir letzte Woche gesehen und das trotz täglich krasserer Nachrichten, immer schlechterer Nachrichten, immer mehr, immer schlechter, immer schlimmer und der Markt hat es einfach nicht mehr mitgemacht. Er ist nicht mehr mitgelaufen, sehr zur Seite und ich sage mal, aus der Situation heraus kann er sich jetzt durchaus, wenn dann auch mal ein paar Entspannungssignale kommen, hier leicht oben raus schickern. Aber das muss kommen, das ist eine zwingende Voraussetzung, die muss oben raus kommen, oberhalb von 9000, alles, was noch unterhalb von 9000 passiert ist, mit Risiko behaftet, kann man auch nicht abschätzen, wie lang die Spikes unten wären, das kann 7,2, im Zweifel kann es sogar eine 6000 werden. Also da wirklich aufpassen, dass man dann vielleicht auch erstmal die ersten grünen Kerzen tatsächlich abwartet, nicht einfach blind dagegen ballert, vielleicht die ersten grünen Kerzen mit abwartet, wenn man an den Niveaus was machen will. Ich finde, das ist die attraktivste Tradingzone, die wir seit, ja, in den letzten 10 Jahren überhaupt mal anlaufen, auf die 8000 zurück. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange ich da schon drauf warte, also, das ist schon so ewig her, dass wir dort gewesen sind. Also ich finde, ich würde es begrüßen oder finde es schön, dass wir jetzt mal hier sind. Ja, so gefühlt die letzten 6, 7 Jahre, ne, hat man da auf diesen Pullback gewartet einfach und es ist innerhalb von 2, 3 Wochen gekommen und so, dass man kaum nutzen konnte, ne, und so wird es sich wahrscheinlich auch hoch zu bewegen, die Leute irritieren, verunsichern und beunruhigen und lassen Sie sich nicht körer machen, gucken Sie auf den Chart, das ist bei sowas echt hilfreicher, wie irgendwie die Nachrichten durchzublättern und die Hände über den Kopf zusammenzuwerfen. Das sind schlimme Zeiten, ohne Frage, und da hingen auch sehr, sehr, sehr viele Einzelschicksale dran, das darf man auch gar nicht schönreden, was da gerade passiert, aber man muss auch, wenn man weiter tradet, versuchen, das nicht zu sehr an sich ran gehen zu lassen. Also ich habe es persönlich ganz markant gemerkt, als meine Schwester hier vermeintlich Corona-positiv getestet wurde, ich war plötzlich so massiv bärig gewesen, also so negativ, von einem Schlag auf den anderen, ich musste mich da so zwingen und es ist mir ja auch selber aufgefallen, wie negativ ich auf einmal gestimmt war, und kaum war das weg, war das schon wieder eine gewisse Neutralität da, also das Labor hatte einen Fehler gemacht bei meiner Schwester, wer das nicht mitbekommen hat, sie ist nicht Corona-positiv, das Labor hatte sich geirrt, hat nochmal getestet und hat herausgestellt, dass das ein technischer Fehler war, die haben sich vielmals dafür entschuldigt, aber ja, einmal Schreck gewesen und so. Deswegen, ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie mit, es gibt ja viele, die hier noch Geschäfte nebenbei haben, dass Sie gut durch so eine Phase durchkommen, dass Sie auch Hilfe finden, dass Sie die auch zügig bekommen und drücke Ihnen allen die Daumen, dass Sie gesund bleiben, mehr kann ich hier letztendlich nicht machen, aber wer weiter tradet, bitte, bitte neutral, so neutral wie möglich bleiben. Zeigt der Markt weiter schwächer, gehen wir mit und shorten den auch noch, ja. Zeigt er die aber nicht, geht er in die Erholung, muss man sich darauf einstellen, dass der nach oben auch richtig zwirbeln kann, halt, ne, dass der auch wehtun kann dann, die da unten noch reingekommen sind und hier sind sehr, sehr viele Shorts reingekommen. Es gibt einige CFD-Broker, die momentan anzeigen, dass 60% ihrer Kunden Shorts sind. Hier, jetzt, die waren die ganze Zeit long, jetzt sind die Shorts. Also, muss schon ein bisschen aufpassen, das ist, das ist langsam auch Geld auf der Oberseite zu holen, das darf man nicht verkennen. Hier haben sich so viele jetzt abgesichert halt, ne, so, so, so viele auch Institute, die sich absichern mussten, weil sie zu viel Risiko nach unten verlieren mit ihren ganzen Aktienpositionen, die sie gar nicht so schnell rausbekommen haben. Das Geld, das kann man, das wird sich der Markt auch holen. Also, da bin ich fest von überzeugt. Wir werden richtig, wir werden knallig einen Rebound kriegen, der wird wehtun, da gehe ich von aus. Bei 40% in drei Wochen wird es nach oben auch richtig knallen. Das steht außer Frage. Die Frage ist jetzt bloß, von wo fangen wir an halt, ne, von 8.000, 7.500 oder vielleicht erst von 6.000. Ähm, ja, aber schauen wir mal. Das sieht man untertäglich dann wahrscheinlich besser, ähm, wenn dann auch die ersten schönen kräftigen Kerzen kommen, wenn Schub reinkommt, und wenn Dynamik auf die Oberseite reinkommt, dann bitte ein bisschen aufpassen. Wir sind massiv überreizt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es jetzt auch mal richtig zurückfedert halt, ne. Ich hätte schon gedacht, es kommt letzte Woche, war schon offenbar eine Woche zu früh. Mal schauen mal, wie er reinkommt, ne. Aktuell, 8.300 wird er taxiert. Mal gucken, ob er das schafft, ohne die, ähm, ohne nochmal unter die 8.000 zu fallen. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich bin, ich glaube, ich werde warten Montag so bis 9 Uhr, 9.30 Uhr, werde ich mir das erst mal angucken und dann mal gucken, wie er so drin steht halt, ne. Gut, also ich wünsche Ihnen was, maximal Erfolg, ein schönes Wochenende noch und wir hören uns. Ciao.